Ich habe eine Diskussion satt. Wenn ich mit einer Frau unterhalte, habe ich noch lange keinen Sex. Ich ertrag das nicht. Ich ertrag das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Ja? Von der Hoffnung noch mal ab. Verbrüß dich. Weißt du was? Du bist krank. Ich habe gerade vier Stunden damit verbracht, die Katze zu begraben. Vier Stunden, um eine Katze zu begraben? Ja, sie wollte einfach nicht still bleiben. Ach, die war doch gar nicht drin. Nein, nein, aber es ging überhaupt nicht gut, wissen Sie? Und da wir jetzt vier Tage nach Lüneburg fahren, dachte ich, es wäre doch besser, sie jetzt zu begraben. Einfach nur für sich und Zeit zu sein. Nee, dann haben Sie schon recht, dann töten Sie lieber jetzt. Wir müssen übrigens unseren Weltsittich einschläfern lassen. Ach, wirklich? Ist er alt? Nee, den mögen wir noch nicht. Jetzt bringen wir ihn morgen zum Tierarzt. Ach, sagen Sie, wie schlettert man denn, werben Sie dich überhaupt ein? Das ist witzig, dass Sie mich das fragen. Ich habe nämlich gerade gestern ein richtig dickes, großes Buch über das Einschläfern von Wellensdichen gelesen. Und anscheinend kann man sie entweder mit dem Buch erschlagen oder sie erschießen. Und zwar genau da. Also so hier über dem Schnabel. Ach, genau da? Ja. Aber hat Frau Müller nicht hier letzte Woche einfach die Toilette runtergespült? Mal nehmt. Mal nehmt. Mal nehmt. Mal nehmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017